Der letzte Weltklimabericht hat uns ja gezeigt, dass es dramatisch wird. Wir haben auch gesehen, es werden immer mehr Extremwetterereignisse, auch hier in Deutschland, von anderen Ländern ganz zu schweigen. Es gibt also dringend etwas zu tun. Das ist der Ausstieg erstmal aus den fossilen Energieträgern. Auch eine Energie wie Erdgas kann nur noch für eine ganz begrenzte Zeit die Kohle ablösen. Wir brauchen also erneuerbare Energien. Wir brauchen ein vernünftiges Energieverbundnetz, was auch natürlich digital gesteuert wird. Am besten durch künstliche Intelligenz. Und wir brauchen natürlich trotz allem Hochwasserschutz. Wir brauchen die Schwammstadt, dass also das Regenwasser zurückgehalten wird für den Wechsel zwischen Dürre- und Starkregenereignissen und vieles andere mehr. Digitalisierung ist ja nun mal ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Als Pirat stehe ich natürlich in erster Linie zum Thema Datenschutz, Datensicherheit und bin gegen Überwachung im Netz. Wenn man sich vorstellt, die jetzigen Akteure in der Politik lieben es ja, uns im Netz generell zu überwachen. Ihr könnt also selbst euer erstes Date nur noch vereinbaren, wenn auch der Geheimdienst schon mitguckt. Möchtet ihr das? Wenn ihr das möchtet, okay, dann bleiben natürlich die bisherigen Parteien. Wenn ihr das nicht möchtet, dann stehen die Piraten euch gerne zur Verfügung. Ansonsten ist ein ganz wichtiges Thema digitalisierender Bildung. Nicht nur Präsenzunterricht, sondern auch Unterricht in digitaler Präsenz. Und zwar so, dass ihr denkt, ihr sitzt im Klassenzimmer. Ja, Wohnen ist ein Menschenrecht. Wohnen sollte ein Grundrecht sein. Und es gibt ja nicht nur die Form Eigenheim oder Mietwohnung. Es gibt zum Beispiel, wir stehen hier in der Nähe vom Wagenplatz in Plagwitz, auch alternative Wohnformen, Wagenplätze, WGs. Und das Ganze sollte bezahlbar sein. Hier ist mein Thema. Wir brauchen eine Rekommunalisierung des Wohnungsbestandes. Denn nur wenn wir diese erreichen, können die Kommunen auch über die Wohn- bzw. Mietpreise mitbestimmen. Ansonsten geht natürlich das Thema Wohnen auch immer in das Thema Klima über. Wenn wir immer weiter Flächen versiegeln für Eigenheime oder auch für andere Großbauprojekte, dann haben wir auch ein Klimaproblem. Ja, ich hatte es schon vorgestellt in meiner Vorstellung, das ist die ganze Frage der Barrierefreiheit. Ich habe das in meinem Programm so ausgedrückt, wir müssen Barrieren abbauen. Das Programm der Piraten in drei Worten zusammengefasst ist, Freiheit, Teilhabe und Würde. Und das bedeutet, wir müssen alle Barrieren abschaffen. Barrieren, die durch Geld, Geschlecht, Alter, natürlich für Menschen mit Behinderung oder auch äußere Merkmale auftreten. Diese müssen wir beseitigen, damit alle frei teilhaben können an der Gesellschaft und somit ihre Würde bewahren oder erringen. Das ist eigentlich mein Grundproblem. Das ist eigentlich mein Grundproblem.